Zwei, eins So Oh Habli habli Jo, hallo Es ist dunkel Und mit Chris Yo, Anti-Gute-Laune Erstmal in mein eigenes Bett Ja, Anti-Gute-Laune Ja Aber damit muss ich mir echt ein T-Shirt trinken lassen Das klingt geil irgendwie Das klingt nach mir Und das wird Twitter Trends Platz 1 Innerhalb 3 Tagen Auf jeden Fall So, Bettchen Und hallo Madeline Prince Ja, ich geh ins Bett Wir machen noch schnell Holztreppen fertig Dann geh ich auf Ach, wollen wir wieder schlafen gehen? Ja Das sind keine Kugelfische, das sind Hier, pass auf, das sind keine Kugelfische, das sind Binne, hau ab Wadian Wad Wad Ich hab keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe Dann kriegst du dich so gleich Wad Hm Pass auf, lest das mal vor G-U-A-R-D-E-A-N Enderman So Guardian Guardian Guardian, ey Nicht wie dein Englisch ist so geil Hehehe 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 Ich hab versucht das auf deutsch zu lesen. Guardian. Das ist ja niedlich. Ich kannte das. Guardian heißt das aber. Hast du nicht Guardians of the Galaxy gesehen? Ach ne. Komm her du Enderman. Ich bin im Hintergrund einfach mal. Oh scheiße ich brenne. Du wolltest mich nicht pennen? Ja dann nicht. Jetzt komm her du Sau. Ich glaub da ist irgendjemand grade. Explodiert. Ich weiß noch nicht wie ich mein Battle setzen soll. Du sagst du hast 2. Leute wir müssen übrigens die Quest beenden. Langsam mal mit Stadt 2. Ja das machen wir diese Folge. Ich bring die Kiste diese Folge zu nehmen. Ich hab die Kiste. Ja dann kriegen wir die Kiste in die Spielungsstadt. Aber wir haben noch nicht alle Geschenke zusammen. Oh nein 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 nein. Spiderman. So ich glaub das wird gleich mein Thumbnail werden. Für den Stream. Oh das ist ja schön. Das ist ja voll cool gemacht hier. Du liegst bei mir unterm Bett. Dort wo das Holz ist liegst du bei mir. Moment bleib da mal liegen. Ich muss mich mal hinstellen einmal. So. Das wäre auf jeden Fall das Thumbnail dafür. Perfekt. So dann kann ich mich wieder drehen. Das ist ja grad so geil. Das ist ja grad so geil. Oh schön. Boah. Was ihr da schon wieder für perverse Spiele spielt. Aber warte mal. Warte mal. Ich mach auch noch mal ein Bild kurz. Ach scheiße. Ich lieg wenigstens richtig. Ähm. Ja jetzt liegst du wenigstens richtig. Äh. Es klingt auch pervers. Okay. Danke. Ähm. Ja. Gute Nacht. Okay. Geh ich jetzt auch kurz. Jetzt bin ich grade am Bauen. Ja genau. Wir gehen jetzt alle ins Bett. Das ist doch nicht euer Ernst. Los Kiddies. Schlafen Zeit. Nein Maudi. Ich will dann je Bittchen gehen. Oh Scheiße. Gott. Oh. Bettchen Time. Wir werden das ganze Spiel jetzt ein bisschen weiter spielen. Aber das mache ich immer nicht. Ja ich werde hoffen. Mh. Mh. Mein Kiefer. Ich hab grad getrunken und musste lachen. Boah. Hast du Glück, dass du mich gegen den Bildschirm gespuckt hast. Haha. Ich hätte keinen Traumschutz gespuckt. Ist das schön hier fliegen, ey. Spide Schwein. Spide Schwein. Dann ist das, was ein Spide Schwein macht. Im Hintergrund die WoW-Mucke bei mir. Das hat grad sehr gut gepasst. Bestimmt bei mir auch. Ja. Was wissen wir jetzt? Geht ihr jetzt nochmal ins Bett? Oder? Ja ich muss mich doch kurz einbauen. Weil bei mir hier überall Mobs rumhängen. Und ich mein Haus noch nicht fertiggestellt habe. Deswegen muss ich mich kurz einbauen. Viele bunte Smarties. Viele, viele bunte Mobies. Ich hatte vorhin noch bei Isaac irgendwie, ich weiß gar nicht. Vorhin ist auch gestern irgendwas komisches so mit irgendwie, ich bin grün und keine Ahnung. Ach du kaste hier, das ist ganz komisch. Das ist ein Monster in der Nähe. Ja genau das nicht doch. Aber was du dann weißt? Schläfst du auch im richtigen Leben immer mit Kopfhörern? Ja. Es ist Standard. Und Rüstung? Die sind so schön weich. Irgendwer Pettner nicht. Die Rüstung ist aber nicht. Ich dachte, du wirst dich in Wett. Ich bin ich. Die hätte meine Figur in einer Figur, weißt du. Mein Körper so. Ach so, wie sie sein sollen. Nigi, warum hast du eigentlich jetzt nochmal zwei Intros? Sollte ich dich schon mal fragen? Das eine ist ein Teaser. Was? Hä? Ne, das eine ist fürs Spiel und das eine ist für ihren Kanal allgemein. Mann, ich will den Apfel essen. Oder was machst du jetzt? Also ich bin ne Bär-Pent von Ordnung. Ja genau. Meine MIGITRON in Anführungsstrichen ist für den Kanal allgemein. Das ist dieser 3 Sekunden Teaser, die man machen kann bei YouTube. Und das Intro ist halt, ja das Intro. Guten Morgen, ich hab Frühstück gemacht. Wo du als 3D-Figur da stehst, ist irgendwie... Das ist der Teaser. Okay. Also der ist für den Kanal. Okay. Okay. Ist auch eigentlich immer ganz praktisch vor halt den Livestreams. Ähm, weil sonst davor ja nichts ist. Das stimmt. Hier ist ein Enderman schon wieder. Verdammt, was wollen die immer von mir? Wo kriegen die immer von mir? 3,50. It's me, Mario. Oh, die wollten 3,50 von mir. Alter. Kleingeld? Kleingeld? Wer? Komm her, du Sau. Ach. Au. Wo ich sag, oh, sie waren 3,50. Egal. Das ist die Folge, wo Chefkoch heiratet. Diesen komischen Succubus. 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 Succubus heißt der. Succubus. Wo die Eltern von Chefkoch die ganze Zeit den Kindern von dem Monster von Loch Ness berichten, was immer 3,50 von ihnen haben wollte. 3,50. Hast du mal 3,50? Ja. Was sagt der? So, 3,50. Wrennt dieser Zombie nicht? Hast du mal 3,50? Hast du mal 3,50? So, gleich stell dir jetzt mal vor, das Monster von Loch Ness will von dir 3,50 haben. Das ist aber bitte dann so, äh, bitte dann auch ein Ossi, ja. Wie bitte? Das ist dann auch ein Ossi? Ah, bitte? Haben sie mal 3,50? 3,50? 3,50? Das klingt, das klingt nicht Ossi-mäßig. Ne, aber er kann das gut. 3,50. 3,50. Oh, 50. Ja, dieses... Ja. 50. 50. 50. Oh mein, ich weiß bei dir, 50. Ja, perfekt. Hast du zum Frühstück ne Scheitplatte gegessen? Ja, und die hängt da... Die hängt da der Speisekopf. Mach Nigi im Reis... Hey Benni! Mach Nigi überhaupt mal Pause zwischen den Livestreams? Äh, nö, wenn ich streame, dann streame ich auch durch. Wie lange kann das manchmal sein? Also mein längster Livestream war, glaube ich, eineinhalb Stunden. Nur so wenig? Bis jetzt. Ja, das geht noch. Ja, ja, deswegen. Also, da Unterbrechung und ohne alles. Also meine längste Aufnahmesession waren mal sieben Stunden. Ohne Pause. Okay, das ist übertrieben. Ja, es war auch übertrieben. Also das kann ich nicht. Aber... Aber ich habe auch vorproduziert. Also... Es war leider nötig. Also, jetzt eben gerade alle Server gehangen. Ja. Ja, aber auch. Ja, das tut ihr ja öfters. Aber ich finde es nicht so schlimm. Man merkt es jetzt nicht so. Ey, ultimativ schlimm ist es jetzt nicht, aber es nervt trotzdem. Ja. Irgendwie ist hier was schief. Das gefällt mir nicht. Okay, Leute. Unser Lagerhaus ist jetzt fertig. Juhu. Very nice, man. Very nice. Im Hintergrund so... Juhu. Ja, von Demi, der das jetzt nicht findet. Wir freuen uns mal. Ich brauche noch mehr... Hä? Ich bin gerade irgendwie zu blöd. Das ist nichts Neues. Was? Ich brauche noch mehr Betten. Alter, was ist denn los? Bist du ein Bordell? Nein, ich bin aber eine Frau und ich nehme ziemlich viel Platz ein im Bett. Das kriegst allerdings. Ich bin so voll klischeehaft. Ehrlich, ich bin eine von diesen Mädchen, die wirklich voll so ein Riesenbett. Und der Kerl liegt so voll so links auf der Seite, voll so am Rand. Und ich nehme die andere Hälfte, weil ich schiefliege. Ach ja. Jetzt müsst ihr irgendwie mal von hinten was von Noho kommen. Das kenne ich. Ja, Mann. Irgendwie so mit, ah, das ist bekannt. Ich glaube, da hat Migi ihn schon genug erzogen, dass er sowas nicht sagt. Na, natürlich. Und wisst ihr, was das Coole ist? Er schaut zwar gerade zu jetzt, aber er versteht nicht, was wir sagen. Warum? Hä, warum? Hä, Schatzi? Ich will jetzt aber auch wissen, warum. Was, warum? Ja, warum? Na, warum hört er denn nichts? Äh, weiß ich nicht. Weil er ja gerade noch was anderes am Spielen ist. So. So, was spielt er denn? Ähm, im Moment. Oh Gott, wie heißt das Kartenspiel von WoW? Äh, Hearthstone. Genau, Hearthstone. Ja, danke. Da spielt er gerade. Ja? Steh. Das ist cool. Äh, kennt ihr Miltin 2? Ja, das habe ich schon mal gespielt, das ist super kacke. Äh, sag mir vom Namen. Wahnsinn. Und, ähm, es gibt doch irgendwie diese Melodie, diese ... Frau, okay. Verlitt die Melodie nicht ein. Wahre. Wir haben ja keine Ahnung, das ist zwei oder drei Jahre her gewesen, und ein Kollege, ähm, Schatzi und ich haben dann... irgendwie so ein Liedtext halt irgendwie gemacht gehabt gegen W.O.W. und für Metin, keine Ahnung. What the fuck, why? Und ich will das jetzt nicht, ja keine Ahnung, ich will das jetzt nicht vorsingen. Es war halt ein schöner Samstagabend gewesen und wir hatten halt Langeweile. Und es war wahrscheinlich viel Alkohol im Spiel, hab ich da recht, oder? Nicht unbedingt, aber wir haben den ganzen Scheiß auch noch aufgenommen und es kam eigentlich ziemlich was Lustiges daraus. Und jetzt jedes Mal, wenn ich das Lied höre oder W.O.W. höre, kommt dieses Lied sofort wieder in meinen Kopf. Das war eigentlich der Hintergrund, was ich euch erzählen wollte. Aber Metin 2 ist ein Scheiß-Spiel. Ja, ist es auch. Aber damals nicht. Also hab ich das gerne gespielt. Das war scheiße. Okay, das muss länger als zwei Jahre her sein. Ich hab, glaub ich, vor fünf Jahren das erste Mal gespielt und ich hab's bereut. Nee, da war das noch so gelesen, dass man sich nicht unbedingt die Items kaufen muss, um jetzt irgendwie voranzukommen. Ich fand das generell immer scheiße, weil damals hat schon jeder gehackt. Also das war eigentlich von Anfang an sein Hacker-Spiel. Ich hab nicht gehackt, ich war ein liebes, nettes Niggi. Naja, aber viele andere. Was sagst du jetzt? Was hättest du vor fünf Jahren gesagt? Genau. Ich will ja kein böses Mädchen. Äh, nein. Okay, ich muss mal hier in Chat, äh. Mit dieser lastiven Stimme. Also, äh. Ah, es ist eine Dauerwerbesendung. 24 Stunden, 48 Stunden, ja genau, jetzt geht's hier los. Was auch in 24 Stunden Livestream? Wer... Verbietet mehr. Was du auch bei der 1000-Abo-Wette mit? Was? Von wegen, wer 1000 Abos erreicht muss, 14 Stunden Livestream? Niggi, in deinem, äh, Stall steht ein Creeper. Wo? In deinem Stall? In deinem Stall? In deinem Stall steht ein Creeper-Man. Geh da jetzt nicht hin. Du hast ein Schaf in deinem Stall? Das hatten wir nicht vorher schon festgestellt. Ja, vielleicht geht's jetzt nicht hin, das ist ein Creeper. Nein, ich geh da auch nicht hin. Überlege, ob ich ihn abschieße. Aber ich hab keine Pfeile mehr. So, einmal kurz weiter lesen. Äh, scheiße, ihr habt Kenny getötet. Äh, heilt den Mund, Mimsy. Achso, ne, die antworte mir mal später auf Facebook, weil sonst würde ich meine Freundesliste aufräumen. Äh, okay, Mimsy. Nur 6 Leute, 7, 7, jaha. Okay. Ich hab nur den gerade im Chat vorgelesen. Heiß behindeter Creeper. Oh, was soll ich machen? Also ich wollte mir Fenster bauen. Ja, wollen wir den Creeper da jetzt drin lassen, oder? Den züchtet ihr. Der steht auch gut, ne? Wir vermehren die und dann tue die unsere Armee gegen die anderen Städte schicken. Eine Armee aus Eisengolems und Creepern. Genau, Alter, und Bogenschützen, Alter. Äh, Spinnenreiter. Wenn wir die Creeper mal gehorchen würden. Und Zombies, die auf Hühnchen reiten. Möchte ich auch haben. Ja, Mann, das sind unsere Waagreiter. Das möchte ich beantragen. Beantragen, ja, beantrage mal. So, ich war in der Folge produktiv, ich hab's Lagerhaus gebaut. Äh, warum? Achso. Applaus, Applaus. Für deine Worte. Applaus, Applaus. Du fliegst hier raus, wenn du lachst. Äh, ich hab mein Baumhaus ein bisschen weiter gebaut. Das sieht doch beschissener aus als vorher. Ey, was ist denn das hier? Wer hat hier einen Kürbis auf unsere Kartoffelfarm gesetzt? Ich. Also ich war mein Schlafzimmer. Das sind direkt Kürbissamen. Hast du auch noch nicht mehr? Mann, das ist doch Mist, Leute. You do not me sin. Ich glaub nicht. Ich hab's hier Kürbisse hinsetzt und keine Kartoffeln mehr sehen. Jetzt haben wir keine Kartoffeln krachen. Ach, scheiße, das hab ich vergessen. Ich hab's wirklich vergessen. Ich hab's wirklich vergessen. Ich hab's auch als Block. Jawohl. Achso. Ich hab's auch in meinem Haus und mein Block. Ja, genau. Ich wollte mir mal dann die Hütte hier für diesen Farmer angucken, dass wir bauen sollen. Hier, Chris, jetzt gehst du mal bitte in die Friedensstadt und tust du die Kiste rein. Ah, ja, da war her. Ich hab's. Hier, Nakel ist jetzt ziemlich dunkel. Oh, to the long journey. Kann ich ein Pferd mitnehmen? Kann ich hinreiten? Ah ne, das mach ich nur kaputt. Lass mir das gut sein. Ja, ob du reiten kannst, musst du wissen. Ja, das kann man auch falsch verstehen. Ja, ich brauch ein langsames Gute ist ja hier das, äh, was? Ob ich reiten kann, kann man auch falsch verstehen. Ja. Nein, das verstehen nur Menschen falsch, die irgendwelche komischen Gedanken im Kopf haben. Aber man kann das falsch verstehen. Jeder von uns hat komische Gedanken. Ja, danke. Ich fühl mich auch sehr richtig. Ja, eher komische Gedanken. Ey, das ist Klischee. Das ist kein Klischee. Frauen sind manchmal. Das ist manchmal vor den Anfang des Streams. Äh, jetzt hier dabei. Ja, was? Ja, 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 ja. Ja, was? Frauen sind manchmal echt schlimmer als Männer. Das stimmt aber nicht. Ja, aber wir sagen es, aber wir sagen es wenigstens nicht direkt. Ihr seid nicht so ehrlich und offen wie Männer. Ja, ihr seid nicht so ehrlich und offen, genau. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass, äh, wenn man mit Frauen arbeitet, es viel öfter, äh, Zickenterror gibt? Also wenn viele Frauen zusammenarbeiten. Das kann ich bezeugen. Das finde ich ganz schlimm, gerade in der Artenpflege gibt es halt fast nur Frauen. Aber das ist furchtbar. Bei uns im Handel gibt es auch fast nur Frauen. Ich bin mit einem anderen noch die einzigen Kerle dort. Das ist echt krass. Ich hätte doch lieber Bauarbeiter wären sollen. Das ist echt krass. Dann gibt es nur Männer. Bauarbeiter. Ja, das stimmt. Da ist, äh, echte Liebe gibt es eh nur. Ja, das stimmt allerdings. Alter, diese Eiche ist einfach noch nie. Ja, ich, 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 ich. Ich, 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 ich. Was hier echt noch abgeht, also, boah. Äh, wir haben gerade gesagt, echte Liebe gibt es nur unter Männern und du sagst, diese Eichel ist einfach nur riesig. Diese Eiche? Wer sagt das? Ich hab gesagt, diese Eiche ist einfach nur riesig. Ich hab verstanden, diese Eichel. Alter, was geht denn ab mit? Seht ihr, Leute? Was geht ab mit euch? Also die Kerle ist schuld. Ja. Aber das geht gar nicht. Ich wollte mich gerade verteidigen gegen Niki in dem, in der Behauptung, dass Männer schlimmer denken als, als Frauen, oder? Und dann kommt sowas von dir. Ja, perfekt. Das ist schon so. Ja, ja. Ich dachte ja nicht. Naja. Ey, bei uns ist das so, dass ich, äh, halt nicht durch Hunger sterben kann. Also hier keiner durch Hunger sterben kann, deswegen lebe ich gerade nicht. Aber wir gehen auf drei Elzen runter. Echt? Ja. Deswegen bin ich in der Einfolge nicht verreckt, obwohl ich übelsten Hunger hatte. Ähm, ich stell die Kiste vor, die Friedensinsel, weil auf der Friedensinsel direkt kann man nichts platzieren. Ja, aber ich stell ein Schild hin oder sowas, damit die wissen, was das ist. Ich hab kein fucking Schild. Ja, jetzt mach fucking eins mit. Ja, mach, jetzt mach fucking eins. Fucking. Fangen sie alle an, rumzufluchen. Ich bin verwirrt, der, ich schreit, soll mal sagen, welches Level er ist. Ach so, ich? Was soll das jetzt sein? Äh, ich bin Level 30. Äh, ich spiele, äh, aber bloß Bronze 1, weil, äh, ich hab aufgehört. Also, ich bin, ich spiele halt zum Spaß. Das war ganz cool. Also, ich spiele halt nicht jetzt, um irgendwie aufzusteigen oder so. Aber ich spiele halt nur zum Spaß und auch nur hin und wieder. Oh nein! Oh Gott. Steppst du schon wieder? Das hatten wir halt auch herzen. Nein, ein halb Herzen. Äh, was spielst du? Ach so, ich spiel auch LOL. Was? Bei welchem Spiel? Bei LOL. Was, äh, was spielst du da? Welche Division? Äh. Ich bin vom Baum gefallen. Das hatten wir doch schon. Alter, dieses Skelett geht mir auf die... Ah! Ach so, ich bin äh, bei LOL Level 13 oder 15 glaub ich, aber ich spiel sowieso nur ein und die selber, aber hat mir dafür auch alle, oh Gott, wie heißen die, ähm, Dinger gekauft? Für, äh, Ach ja, Niggi. Niggi. Schon wieder gefallen. Ah, sind sie? Näh. Lass mich. Niggi stirbt in fast jeder Folge. Nein. Doch. Nein. Doch. Und doch. Die letzte Folge, die wir aufgenommen haben. Okay. Er hat gesagt, in fast jeder. In fast jeder, außerdem. Außerdem sterb ich komischerweise nur in Livestreams. Dann mach keine mehr. Ja, genau. Hör auf damit. Äh, wo waren wir gerade bei LOL, ne? Oh, ich sterbe. Niggi, spielst du eigentlich, äh, League of, äh, The Legends? Nö. Ja. Hab ich grad erzählt. Ach so, warte. Und du warst noch nicht fertig? Ja, Niggi spiel ich. Ach so, ja spiel ich. Okay. Äh, 13 oder 15 Level und, äh, ich weiß jetzt, ich hab schon lange nicht mehr gespielt. Und wie gesagt, nur mit ihm. Gerade eben waren's noch 13. 13 oder 15, hab ich eben grade schon gesagt. Wow. Nein, muss man nicht. Ich hab schon lange nicht mehr gespielt, hab ich gesagt. Ah, ja. Oh. Ich bin auch, äh, Level 30 bei LOL und spiel am liebsten eigentlich Malsaha, weil der haut fett rein. Äh, welch bin ich denn am liebsten? Gibt's jemanden? Der heißt Niggitron. Und das bin ich gar nicht. Faker. Lol. Und der ist, glaub ich, äh, die Mannstufe. Also eine von den höchsten überhaupt. Das ist voll lustig. Da. 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 Keine Ahnung. Da. Da. Die ging jetzt ungefähr 18-19 Minuten, das ist okay. Ja, gleich. Ich werde ganz alleine hier weitermachen. Das stimmt. Oh, wow, wow, Spiderman. Das kriegen wir öfter hin, ich habe jetzt ja sowieso ein bisschen Zeit. Ja, passt schon. Also ich kann mich da... Moment, so ein bisschen... Auch tatsächlich an dir richten, damit du ein bisschen mal hochkommst. Was ist denn jetzt eigentlich hier mit Stormy? Ja, genau. Äh, der muss bis 21 Uhr arbeiten. Boah. Ah, ja stimmt. Ah, okay. Und ja, danach muss er erst mal essen und so. Und Vogon, der war vorhin noch unten im TS, aber dann ist er weg. Okay. Ja, egal. Ich kann es auch alleine ein paar Mal in Folge machen. Ein bisschen aktiv mein Haus bauen oder unser Haus können wir dann erst mal machen. Ey, stimmt, wir wollten ja so eine WG machen eigentlich, Niki. Habt ihr doch, ihr habt doch hier den Durchbruch. Ja gut, aber trotzdem ist es ja so... Ich habe auch schon... Warst du denn schon mal ganz oben gewesen? Da habe ich ja auch schon ein bisschen versucht gehabt auszubauen oder größer zu bauen. Ey, ich... Da können wir zusammen... Ich habe vor ein paar Folgen, habe ich aus Versehen dort einen Creeper explodieren lassen. Aber es ist ja alles wieder aufgebaut. Ja, das baut sich ja alles glücklicherweise wie er selbst auch sonst. Ja, zum Glück, ja. Ja, das ist ja das Gute dabei. Wäre das hier echt eine Katastrophe, ey. Dann wird es unsere Städte nicht mehr geben. Die Leute sind echt extrem schlimm. Nein, das glaube ich allerdings auch. Aber ich bin froh, ich habe mein Bett wenigstens schon fertig gebaut. Das Bett, was jeder eigentlich hatte, auch du. Das ist das allererste hier. Äh, Fuckry 3. Und... Ähm... Ja, ich verabschiede mich jetzt auch erst mal. Moment. Weil... Weil... So, ne? Nächstes Livestream-Ding, so bumsau. Ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Schaut auf jeden Fall immer bei den drei netten Lin-Menschen vorbei. Warte, stimm ich mal so? Oh mein Gott. Äh, und zwar einmal bei den Lin-Kurga, bei den... Ich nenne dich jetzt einfach Christ. Akut-Zug-Zück, ne? Azuka. 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 Äh, und bei den DMZ-Logs. Ähm, ja, die Channel-Links findet ihr... Genau. Und... Dann verabschiede ich mich schonmal. Sagt bis später. Freu mich auf euch und sage Tschüss bei... Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss. Tschüss. Oh meine, ich meine, wir fragen uns ja jetzt genauer davon, wie ihr Halo erwartet! Ich mache euch mit meinenót vue von den Himmel zu sagen. Und dann vom wir euch euch bei der Zeit. L